Zur Untersuchung des Beckens wird ein konvex- oder sektorförmiger Schallkopf im Untersuchungsmodus Becken verwendet. Die gefüllte Blase dient als akustisches Fenster, um die Beckenorgane darzustellen. Das Becken wird in zwei Ebenen untersucht. Positionieren Sie den Schallkopf in der Längsachsenposition mit dem Orientierungsmarker auf Höhe der Symphyse in Richtung des Patientenkopfes. Richten Sie den Schallkopf inferior ins Becken. Die Blase erscheint als echoarme Dreiecksstruktur im nahen Bildbereich. Der Uterus erscheint grau und liegt entweder direkt posterior oder superior zur Blase. Der Endometriumstreifen erscheint als helle, echogene Linie vom Fundus zur Cervix. Der Uterus liegt immer direkt auf der Mittellinie. Daher müssen Sie den Schallkopf gegebenenfalls etwas drehen, um die Gesamtlänge des Uterus zu sehen. Schieben Sie den Schallkopf von einer Seite zur anderen, um den ganzen Uterus zu sehen. Die Ovarien werden durch Gleiten des Schallkopfes über die seitlichen Beckenbereiche sichtbar. Sie sind mandelförmige und schwach echoarme Strukturen. Follikel können als multiple, echoarme, zystische Strukturen in den Ovarien erscheinen. Einige Follikel können abhängig von der Gelbkörperphase auffällig erscheinen. Um eine transversale Sicht auf den Uterus zu erhalten, drehen Sie den Schallkopf um 90 Grad, sodass der Orientierungsmarker zur rechten Seite der Patientin weist. Die Blase erscheint in dieser Ansicht rechteckiger. Schieben Sie den Schallkopf beginnend auf Höhe der Cervix nach superior zum Fundus, um den gesamten Uterus zu sehen. Die Ovarien sind auf beiden Uterusseiten sichtbar und können etwas höher oder tiefer gelegen sein.